Mücken können einem echt die gute Laune verderben, aber mit einem einfachen Trick wird man sie ratzfatz los. Dann nehme Kaffee, das Allheilmittel der Deutschen, und fülle es einfach in eine kleine Schüssel. Einfach das Pulver ein wenig ankokeln und dabei entstehen Dämpfe, die die Mücken so gar nicht mögen.